Moin Moin Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal wieder ein Klappmesser vorstellen. Und zwar geht es um dieses schöne Stück hier, das Bushcraft Tanto von der Firma Messerfieber. Und gleich ganz kurz einmal vorweg, dieses Messer wurde mir netterweise von der Firma Messerfieber kostenlos für dieses Video zur Verfügung gestellt. Also Ahmed, beste Grüße und ganz lieben Dank dafür. Aber wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an und gucken mal, was das Teil so kann. Wenn man es aufklappt, dann besticht es natürlich erstmal durch diese enorme Größe. Das ist halt schon ein richtiger Klopper. Gehen wir da gleich mal einmal die Maße ab. Wir sind hier bei einer Gesamtlänge von guten 25,5 cm. Auf die Klinge entfallen dabei knapp 10,7 cm. Und im geschlossenen Zustand haben wir somit gute 14,5 cm. Also das sind schon richtig brachiale Abmessungen. Dafür kommt es dann aber erstaunlich leicht. Also ich habe es in die Hand genommen und dachte, krass, damit habe ich nun nicht gerechnet. Machen wir doch da zur Abwechslung auch mal einen schnellen Test mit der Waage. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich hatte es schon einmal nachgemessen, habe es mir aber nicht gemerkt. Wir kommen hier auf knapp 200 Gramm. Ja, aber bei der Größe relativiert sich das halt wieder. Vom Gefühl her kommt es einem irgendwie fast leicht vor, muss ich sagen. Als nächstes sticht dann natürlich sofort diese namensgebende Tantoklinge ins Auge, die ich sehr angenehm finde. Schöne, ja, also hat natürlich schon einen ganz speziellen Charakter für sich, ist jetzt aber nicht zu außergewöhnlich. Also wenn ich mir hier so die Gesamtlinie des Messers angucke, überzeugt mich das schon. Finde ich ganz angenehm, relativ schlicht. Und dann kommen wir natürlich gleich zu diesem, ich habe extra nochmal nachgefragt, es ist stabilisiertes Holz, das aber mit ganz interessanter Maserung hier kommt. Also finde ich mal außergewöhnlich und ja, richtig erfrischend. Da hat man, da hat das Auge richtig was zum drüberwandern. Also er funkelt hier sogar so leicht. Das ist schon mal was Besonderes. Und schlägt damit so ein bisschen aus der Reihe. Das finde ich ja ganz angenehm. Dann, wie er bei fast allen Messerfiebermessern hier dann so ein Figurenpin mit zwei so Steinböcken müssten das sein, denke ich jetzt einfach mal. Sieht man es da einigermaßen. Was dem dann ja auch immer noch so einen gewissen, ja, nochmal so einen kleinen Kniff gibt, den Messern irgendwie so optisch. Finde ich das ganz schön, dass da einfach nochmal so eine kleine Auflockerung stattfindet. Die aber dann auch nur auf der Showside. Und ja, damit ist das Messer an sich ja jetzt gar nicht so auffällig. Ich würde mal von der Grundästhetik her schon sagen, dass es ja eigentlich einigermaßen schlicht daherkommt. Aber trotzdem durch diese kleinen Kniffe, durch den Figurenpennen, durch die verwendeten Materialien ist das irgendwie schon auch ein besonderes Messer. Und natürlich absolut durch die Größe. Das macht wirklich was her. Die Klinge Böhler 690 Stahl, also auch schönes, taugliches Teil. Und dann aber verhältnismäßig schlank sogar noch gehalten. Was ich aber so auch ganz gut finde, was will man mit einem Klappmesser machen? Ja, also beim Thema Bushcraft ist dann ja sowieso die Frage, inwieweit da ein Klappmesser die richtige Wahl ist. Aber wenn man mal sagt, man nimmt jetzt das nochmal vielleicht so als Backup oder so in die Hosentasche, da kann man schon gut was mit anstellen. Aber zum Batonieren oder so würde man es ja eh nicht benutzen, weswegen ich da eine viel dickere Klinge in dem Fall auch gar nicht unbedingt für nötig erachte. Bei einem feststehenden Messer sähe das dann schon anders aus. Arretiert wird das Ganze hier hinten durch den Backlock. Der schließt sehr gut. Keinerlei Spiel in der Klinge. Das funktioniert alles hartlos. Rastet satt ein. Ich muss aber schon feststellen, dass man relativ viel Kraft braucht. Also gerade dadurch, dass das hier so ein kleines bisschen angefasst ist, dadurch wird natürlich der Auflagepunkt auf dem Daumen oder für den Daumen dann nochmal ein Stückchen geringer. Und da kann das teilweise schon fast ein bisschen wehtun, aber es vermittelt auf jeden Fall ein Gefühl von Sicherheit. Es schließt sehr gut und sicher und ja, das sitzt alles stabil und wirklich zufriedenstellend. Könnte ein kleines bisschen, ja jetzt war ja gerade wieder, dass man doch echter doll drücken muss, könnte ein kleines bisschen geschmeidiger sein. Und insgesamt ist der Klingenlauf dann auch so ein minimales bisschen kratzig, was ich bei solch einer Art von Messern jetzt gar nicht so schlimm finde. Da ist mir dann die Stabilität dann auch einfach wichtiger. Aber auf jeden Fall, man stellt es dann doch fest. Insgesamt dann die Verarbeitung finde ich gut. Jetzt nicht sehr gut hier auf dem Griffrücken. Das ist dann doch noch ein kleines bisschen rau. Das hätte etwas besser irgendwie noch poliert werden können, ist aber jetzt nicht bei der Handhabung oder so in irgendeiner Form unangenehm. Also das nun auf gar keinen Fall. Der Griff an sich, also das Griffmaterial, ist dann auch wieder schön abgerundet und lässt sich gut halten. Wir haben ja auch keinen Clip oder irgendwas. Also Hotspots sind da auch sehr unwahrscheinlich, auch bei längerem Arbeiten. Das liegt einfach gut und solide in der Hand. Was mir dann wiederum nicht ganz so gut gefällt, das ist aber eher ein ästhetischer Mangel aus meiner Sicht, sind dann diese sehr tief versenkten Schrauben. Das hätte ich schon schöner gefunden. Hier hinten bei der Niete funktioniert es ja auch und beim Figurenpin sowieso, wenn das einfach bündig mit dem Griffmaterial wäre. Aber, ja, oder mindestens so wie auf dieser Seite. Hier ist es dann aber doch schon sehr tief. Das ist so für mich eigentlich der größte Makel. Ja, kann man auch drüber hinwegsehen, aber, ja, wäre mir anders halt lieber, aber ist jetzt auch dann nicht so schlimm. Beim Griff haben wir dann hier noch einmal G10 Liner zwischen den Stahlplatinen und dem stabilisierten Holz. Das lockert das natürlich aber insgesamt nochmal ein bisschen auf. Und ansonsten, ja, hier haben wir dann ab und zu nochmal so kleine Unfeinheiten, aber insgesamt ist das auch gut gemacht. Ich gucke hier noch einmal so komplett rum. Ja, an der einen oder anderen Stelle hätte noch ein kleines bisschen sauberer gearbeitet werden können, aber so finde ich das insgesamt schon sehr gut gemacht. Und durch diesen rustikalen Stil, ja, ist das einfach ein stimmiges Gesamtbild. Also da habe ich für mich persönlich jetzt wenig dran zu meckern. Hinten kommt das Ganze dann schon mit einem kleinen Benzel dran, mit solchen Kugeln hier, mit Beats. Das ist ganz schön. Wir haben hier dann diese Öse, durch die das Ganze geht. Die ist aber dann schon so klein, dass es bei so einer Art Band dann eigentlich auch schon bleibt. Wenn man das mag, passt ja auch das wieder sehr gut zur Gesamtoptik. Aber falls man jetzt vorhätte, sich da ein richtiges Stück Paracord irgendwie nochmal mit ein paar Knoten oder so anzubringen, das wird hier dann schon ziemlich schwierig. Und kommen tut das Ganze dann noch zusätzlich, weil bei der Größe natürlich schon zur Frage steht, ob man es wirklich in der Hosentasche mit sich tragen möchte. So eine wirklich toll gemachte Gürtelledertasche. Also das ist ein solides, massives Leder. Das fühlt sich wertig an, das fühlt sich gut an, das ist gut verarbeitet. Und trotzdem ist es aber angenehm weich. Also das hat mich auch sehr positiv überrascht. Da sitzt das Messer top drin. Also das müsste, man sieht es, da ruckelt gar nichts. Das müsste gar keine Klappe haben, hat dann aber trotzdem noch einmal diese Lasche, die mit Druckknopf hier gesichert ist. Also ja, damit kann man Kopfstand machen, wie man will. Da fällt nichts raus. Das ist ganz cool gemacht. Und wie gesagt, bei einem Klappmesser dieser Größe finde ich das durchaus angebracht, da direkt einfach die Gürteltasche mitzuliefern. Und ja, wenn man in den Wald geht und so ein bisschen diesen rustikalen Bushcraft-Look dann ja auch irgendwie so durchziehen will, da passt das einfach insgesamt für mich richtig gut rein. Bin ich absolut zufrieden mit. Dann machen wir natürlich, das ist ja bei einem Messer nun mal einfach das Wichtigste, nochmal einen Schneittest. Und ich kann euch gleich sagen, beim Papiertest, hallo, alter Schwede. Das Teil kam so aus dem Karton, rattenscharf. Also das ist eine wahre Freude. Richtig, richtig, richtig gute Arbeit. Schön fein ausgeschliffen. Damit kann man gut was wegschneiden. Ich räume hier auch mal kurz auf. Aber bei einem Messer, das sich klar auf das Thema Bushcraft bezieht, da wollen wir natürlich auf jeden Fall auch noch härtere Schnitzaufgaben haben. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal kurz raus und ich werde damit ein kleines bisschen schnitzen und noch ein paar andere Materialien durchschneiden. Und dann schauen wir nochmal weiter. So, heute dann mal leider nicht aus dem Wald, sondern nur schnell vom Balkon. Aber ein paar Schnitzübungen wollen wir so einem Bushcraft-Messer dann natürlich dennoch zumuten, das ist klar. Und wenn man für gröbere Arbeiten dann dieses Messer auch mal mit in den Wald nehmen will, um damit so ein bisschen zu werkeln, Holzarbeiten zu machen, dann bietet sich natürlich sowieso an, das Ganze mit Handschuhen zu tun. Und auch da ist natürlich diese Größe dann zuträglich, dass man das Ganze noch sehr gut und sehr satt einfach auch mit Arbeitshandschuhen in die Hand nehmen kann und da ein gutes Gefühl hat, das sitzt sicher, da rutscht nichts raus. Und dann nehmen wir hier nochmal ein schönes Stück alte, schon ziemlich durchgetrocknete Hasel und schauen mal, was das Messer hier noch so hinkriegt. Oh ja, der beißt sich rein. Das ist natürlich bei so durchgetrocknetem Holz immer nochmal wieder eine andere Sache, aber ihr seht, wie das gleich so tief einfach ins Holz reingeht und richtig was wegarbeitet. Also, ja, damit bin ich absolut zufrieden. Mal hier so ein bisschen einkerben. Auch das relativ gerichtetes und feineres Arbeiten damit auch gar kein Problem. Da kriegen wir hier noch so eine schöne Nut rein. Ja, wie gesagt, gerade bei so durchgetrocknetem Holz natürlich immer noch mal eine ganz andere Hausnummer. Hier der Vorgriff geht auch noch relativ gut. Da bin ich dann immer gerade bei solchen harten Schnitzarbeiten gehe ich immer möglichst dicht ans Schneidgut. Aber hier, ja, klar, man braucht Kraft, aber das Messer beißt, damit bin ich absolut zufrieden. Richtig gut. Und dann wollen wir es auch nochmal mit ein paar anderen Materialien versuchen. Natürlich hier das allseits bekannte Seil. Auch das, ja, überhaupt kein Problem. Geht wunderbar durch. Ja, top. Da kann man sich nicht beschweren. Wunderbar. Und weil ich es hier auch noch immer liegen habe, nehmen wir auch nochmal so ein bisschen Schlauch. Schon ziemlich dicker Schlauch hier. Wird man jetzt beim Bushcraft im Wald natürlich seltener in die Verlegenheit kommen, dass man sowas mal durchschneiden muss. Aber dennoch, ja, auch hier kriegen wir es mit. So. Auch das funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, bei so einem dicken Gummischlauch, natürlich braucht man da etwas Kraft, aber schlägt sich top. Und nachdem es sich da jetzt auch absolut gut geschlagen hat, machen wir nochmal einen abschließenden Papiertest. Schauen wir mal, wie, ja, gar kein Problem. Oh, ich könnte das den ganzen Tag machen, ne? So geil. Ah, wie ich das liebe. Ja, also hat sich absolut wunderbar geschlagen. Das funktioniert richtig gut. Für mich ein sehr gelungenes, schönes Messer, das natürlich allein durch die Größe für diesen Aufgabenbereich, für den es ja allein schon durch den Namen vorgesehen ist, sich auch ganz vortrefflich macht. Bei dem Preis von 110 Euro muss man natürlich wie immer wissen, ob es einem das wert ist. Da hätte ich vielleicht vorher noch ein paar andere Klappmesser, die mir sogar eher noch auf der Wunschliste sind. Aber durchaus finde ich, ist das ein angebrachter Preis für das, was man hier geboten kriegt. Wie gesagt, kleine Schönheitsfehler, die ich mir gerne noch ein bisschen feiner verarbeitet wünschen würde. Aber alles in allem von der Tauglichkeit her keinerlei Abstriche. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Schaut gerne bei der Firma Messerfieber beim Achmed vorbei. Jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag machen die ihre Live-Messer-Auktionen, bei denen ihr auch regelmäßig dieses Messer erstehen könnt. Schaut beim YouTube-Kanal und auf der Website vorbei. Verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Und wo wir gerade bei der Werbung sind, auch in eigener Sache. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch der Quatsch hier gefällt. Oder abonniert sogar den Kanal. Und ansonsten sage ich dann einfach, wie immer, schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Hoorido.